Führer Guide hat ein bisschen gedauert, da der Boss mittendrin krass genervt worden ist, vor allem was P3 betrifft und hier haben wir jetzt einen Guide, der euch durch den Boss Schritt für Schritt durchleiten wird und alle Tricks und Tipps und Positionierungen vor allem und den chronologischen Abkauf der ganzen Choreographie beibringen wird. Unten in der Kanalbeschreibung würde ich euch direkt empfehlen, wenn ihr diesen Guide guckt als Vorbereitung auch den Raidplan zu öffnen, denn ich werde ganz viele Sachen erklären, die ihr zwischendurch mit dem Raidplan abgleichen könnt. Der ist extra darauf ausgelegt, dass ihr die Namen und die Sachen, die ich gleich erklären werde, eins zu eins eintauschen könnt und habt dann dementsprechend spezifische Namen rausgenommen, bis auf ein Beispiel, auf das ich gleich eingehen werde und das Einzige, was die MP1, bevor ihr pullt, beachten solltet, ist halt dieses Mondmark. Bevor wir auf das eingehen, gehen wir erstmal auf generell das Setup. Bei diesem Boss ist es wichtig, dass man zwei Tanks nimmt, bei der Tank-Wahl ist es eigentlich ziemlich egal, was man nimmt mittlerweile. Das empfehlenswert ist auf jeden Fall einen DK dabei zu haben. Der DK einfach nur aus den folgenden Gründen, der DK hat einen Grip und einen Muscle. Und beides ist extrem wertvoll, wenn es um P2 geht. Also ein DK-Tank solltet ihr auf jeden Fall irgendwie aus dem Ärmel euch zaubern. Der zweite Tank ist nicht so wichtig. Am besten ein zweiter DK-Tank. Das macht es noch viel einfacher. Dann bringen lieber zwei DK-Tanks. Ihr könnt auch einen Anoli bringen oder einen Frost. Ist egal. Hauptsache, die Dekars machen den Boss einfach einfach. Bei den Heilern ist es auch nicht mehr wichtig, was dabei ist. Monk-Tank ist gut, weil er halt wirklich guten Spot-Heal hat und wirklich extrem starken Burst-Heal auf die Bäume, die man heilen muss. Aber mittlerweile ist auch nicht mehr das so wichtig, weil die wurden auch genervt und jeder Heiler sollte diesen Job schaffen. Nehmt eure vier normalen Heiler mit, die in eurem Kader sind und macht euch weniger Sorgen darum, wie der Heilkader aussieht. Ansonsten eine gesunde Mischung zwischen Ranges und DPS. Immunisationsklassen sind immer wieder gerne gesehen. Das ist auf jeden Fall stark. Was nicht so stark ist, sind Warlocks. Mages einfach dadurch, dass P1 arguably einer der härtesten Phasen ist und man sehr viel Moven muss, sind Mages, die nicht ganz so mobil sind oder nicht vertraut sind mit ihrer Mobilität. Auch nicht so zu empfehlen. Mages sind super da. Nehmt einfach euer Setup mit. Das ist nicht mehr so wichtig bei dem Boss dadurch, dass er so hart genervt worden ist. Über 10% HP alleine das schon. Zeigt einfach, dass man den Boss zur Not auch mit 15 Leuten machen könnte. Das heißt, wenn ihr noch weitere 5 Klasse mitbringt, nehmt was ihr wollt. Macht euch über das Setup nicht so viele Sorgen. So, jetzt kommen wir erstmal auf die Markierungen, die man setzt. Das erste, was ich euch empfehlen kann, ist diese Mondmarkierung. Die ist gigawichtig. Die ist ungefähr da. Das müsste sogar genau passen. Ich weiß gar nicht, woran ich das festmache. Wenn ihr diese Spitze hier nehmt, dieses Messer hier. Seht ihr dieses Messer? Davon die Spitze. Nehmt die einfach. Versucht die dahin zu positionieren. Was das ist und warum das so wichtig, jetzt erkläre ich euch gleich. Was ich euch zum Progessen vom P1 auch empfehlen würde, ist auch die anderen Positionen zu markieren. Ihr pullt den Boss einmalig und werdet dann einfach kurz warten, bis der Firestorm kommt. Der kommt direkt 13 Sekunden in to fight. Und dann macht ihr dezenter eine Markierung drauf. Und wie ihr euch das machen müsst, ist ganz einfach. Ihr meldet erstmal ein V-Bilding. Zack, zack. Stellt euch das da vor. Da gibt es einen Mittelpunkt, einen rechts davon, einen links davon. Das ist wichtig. Und dann einfach nur einer weiter links. Dieses ist ein Zusatz. Es ist wie so ein Neigzeichen. Es ist einfach so ein verlängerter Schweif. Aber dass diese drei symmetrisch korrekt sind und das ist bei FIRAG P1 das beste und das wichtigste, was man einhalten muss. Die korrekte pixelgenaue Einhaltung jeglicher Positionen wird euch, wenn ihr das nicht tut, massivst bestrafenden P1. Die Menge an Wipes von Gilden, die in P1 wipen, an dem allerersten Mechanik, die 13 Sekunden in to fight kommt, ist galaktiös. Also macht das nicht und merkt euch das wirklich. Spielt das immer wieder, dass die Leute einen Mittelpunkt, einer rechts, einer links davon und diese Mondpositionierung. Das müsste funktionieren. Sobald das auch wirklich nur ein Grad falsch ist, sofort ablegen lassen, bis die Leute das drauf haben. Das ist der knackigste Punkt in P1 fast schon, weil es so viel verkackt wird. Der Grund dafür ist ganz einfach. Man ist noch im Opener bei 13 Sekunden. Die meisten Leute noch viel zu sehr damit beschäftigt. Jetzt kommt der erste Tipp. Wenn ihr den Boss pullt, dann erstens, man sollte nicht pre-pullen. So der, der pre-pullt wird, stirbt, weil der Boss chargert sofort an, wie man hier sieht. Drei, zwei, eins und zack. Und dieser Frontal, wenn ihr nicht gerade ein Warlock seid, seid ihr sofort tot. Also nicht pre-pullen. Ansonsten solltet ihr euch merken, dass sobald ihr gepullt habt, jetzt schon sofort mit dem ganzen Team nach oben zu laufen. Das ist etwas, was viele nicht machen und die bleiben hier stehen, die bleiben da stehen, weil das halt in der Precast-Position war und das ist falsch. Versucht, ihr habt 13 Sekunden Zeit. Ihr habt mögliche zwischendurch Instance, die ihr in eurem Opener nutzen könnt, aber ihr bewegt euch bitte sofort mit dem Boss nach da oben hin. Denn hier haben wir die Position hier ist diese eine Ecke, da ist der zweite, da ist der dritte. Dieses V muss gebildet werden. Wenn ihr jetzt schon hier steht, perfekt. Das ist eure Aufgabe. Nicht hier hinten chillen und warten und dann, wenn ihr Firestorm bekommt, versuchen durch den Boss dahin zu rennen. Das ist falsch. Auf jeden Fall falsch. Nicht machen. Und wie gesagt, macht euch Mockierungen dafür. Der Boss wird gepullt. Ihr kommt jetzt alle nach vorne. Da kommt der Firestorm. Der Firestorm kommt gleich. So. Über die Dudes reden wir gleich erst, was dabei wichtig ist. Jetzt ist wichtig nur, Firestorm kommt und gleichzeitig kommen Einschläge. Die Einschläge spawnen immer zweierlei. Einmal spawnen sie um den Boss herum und sie spawnen um Spieler herum. Das heißt, im Melee-Bereich ist doppelt gemoppelt. Da spawnen die meisten. Melee's Kamera von oben und Melee's tut mir den Gefallen. Steht schon hier, hier, hier und hier. Nicht hier unten. Ich bin Tank. Ich kann keinen Firestorm bekommen. Deswegen kann ich hier stehen. Ist scheißegal. Aber als Melee seid ihr schon da oben. Ihr wollt, weil wenn jetzt Firestorm in 0,8 Sekunden kommt, wollt ihr nicht hier stehen. Warum nicht? Guckt mal, was passiert. Einstelle gekommen und bam. Jetzt kommen die Kreise. Hier sind überall diese Dinger. Der Spieler hier hat jetzt den Arsch offen. Wie will der dann hier, wenn da Feuer ist, hier ist Feuer hier. Wie will er von da nach da kommen, ohne durchs Feuer zu gehen? Das ist genau das Problem, um das es geht. Deswegen poche ich auch darauf, dass man das so... Ich meine, er schafft das einfach. Der reitet außen rum. Die sind erfahren. Die Leute, die machen das. Aber das ist die Positionierung, die wir haben wollen. Das ist auch der Trick, den ich meine. Steht vorher schon da, damit ihr diese Position einnehmen könnt. Das muss funktionieren. Wer das nicht macht, weil er sagt, ja, Bro, ist nicht so wild. Das muss so laufen. Das muss absolut so laufen. Markiert diese Position. Wenn ihr das gepullt habt, macht ihr jetzt einfach Raid-Pause ganz kurz. Der Raid-Marker, Raid-Leader sitzt hier eine Mark hin, da eine Mark hin, da eine Mark hin und natürlich hier eine Mark jetzt. Und dann werdet ihr das üben. Das muss funktionieren. So, jetzt geht es erstmal auf die Dudes. Was machen die? Wenn die spawnen, es spawnen immer drei Stück davon. Die meisten Leute sind überfordert damit, weil sie denken, es sind fünf Stück. Das kommt einem viel zu viel. Es sind nur drei. Es sind immer nur drei. Die spawnen in der Nähe von Spielern. In der Nähe. Nicht auf Spielern, aber in der Nähe von Spielern. Dann haben sie so eine Art halbe Sekunde Arm-Time, will ich es mal nennen, wo sie für eine halbe Sekunde ganz kurz gucken, wer ist der nächste Spieler, zu dem sie stehen. Und auf den Spieler werden sie dann nach der halben Sekunde ihren Frontrail casten. Ihr werdet das eventuell gleich sehen, wenn wir das hier von vorne abspielen. Wenn er nicht immer 30 Jahre lang nach vorne machen würde. Hier schon nach vorne gehen, obviously. So, die Dudes spawnen. Da sind die Dudes. Und guck mal, er guckt, er initial guckt er erstmal nach da. Korrekt? Erstmal guckt er nach da. Aber ich glaube, ich weiß jetzt nicht genau, was in diesem Pult passiert, aber man hat ganz kurz, wirklich eine halbe Sekunde Zeit, kurz ranzulaufen. Und dann kann man den aktiv drehen. Guck mal, was hier passiert. Er läuft da rein. Da seht ihr es. Er hat statt hierhin zu casten, was Katastrophe gewesen wäre, weil es mitten in den Red gegangen wäre, hat dieser Awoker sehr gut reagiert und ist sofort da reingelaufen und hat ihn gebetet. Und das wissen viele. Jetzt ist der größte Fehler, den man machen kann beim Beten, ist zu denken, dass man das immer beten muss. Beten macht man fast nie. Lieber das Ding nicht beten, denn die Gefahr ist zum Beispiel dieses Spieler hier. Oh, fuck, da ist hinter mir ein Ad gespawnt. Ich laufe kurz hin. Das Problem ist, beim Hinlaufen machst du genau das, was du nicht machen darfst. Du bewegst dich vom Raid weg. Das heißt, der Boss guckt meistens in den Raid rein dadurch und ihr betet oder beim Versuch zu beten, macht ihr genau das Gegenteil. Nicht beten, außer das Ding spawnt wirklich direkt an eure Füße. Dann könnt ihr den kurz rausdrehen. Ansonsten ignoriert die Dinger. Man sollte auch nicht den Raid darauf auslegen, dass man sagt, hey, wir versuchen immer diese Frontals perfekt zu beten, sondern es sollte immer sein, auch wenn alle drei strahlen. Diese drei strahlen in den Raid gucken, sollte jeder fähig sein zu dodgen. Wenn dann mal so als Kulanz 1, 2 davon rausgedreht werden, ist okay. Aber erstmal sollte jeder dodgen. Der Raidleiter sollte immer callen, Dudes kommen gleich, strahlen in 3, 2, 1. Und bei dieser 1 gucken alle ganz kurz, in welche Richtung die strahlen sind, registrieren dann die Trajectory, die Projektilrichtung. Zack, jetzt zum Beispiel. Kurz gucken, wo ist safe, hier ist überall safe und dann geht es weiter. Das ist halt immer wichtig, dass der Raidleiter die Leute abholt und immer sagt, 3, 2, 1, jetzt. Und dann könnt ihr kurz gucken und dann wird er sich auf ihre Rotation konzentrieren. Das bei den Dudes. So, jetzt machen wir mal weiter. Das sind sehr viele Informationen. Die Sache ist auch, P1 ist bei Firak eine der schwersten Phasen. Sobald ihr das gut drauf habt und gut hinbekommt, habt ihr den Boss fast schon tot, weil der Rest dauert zwar auch noch, aber umso besser ihr P2 und P3 erreicht, umso viel schneller werdet ihr den Boss töten, weil P2 und P3 sind gar nicht so schwer. So, hier nochmal, wie gesagt, die vier Dinger. Direkt danach fängt der Boss ja an zu milien. Der Tank, der jetzt dran ist, oder der immer noch dran ist, der der gepullt hat, der zieht den Boss sofort nach oben. Denn jetzt kommt diese Stelle, die zweite Stelle, die wir haben. Das haben wir jetzt gespielt bis jetzt. Wir sind bei 13 Sekunden. Die ersten vier Dinger wurden abgelegt und dann wird der Boss sofort nach oben gezogen. Wir gehen auf Seite 2. Auf Seite 2, oh, das habe ich noch gar nicht aktualisiert. Werde ich gleich machen. Auf Seite 2 haben wir hier die Mythic Soaks. Das ist eine neue Mechanik auf Mythic. Es werden einfach nur drei, so eine Art Firestorms kommen, aber die muss man gemeinsam abfangen. Vorsicht, man darf nicht zwei gleichzeitig abfangen, sonst ist man tot, weil man erlittenen Schaden dadurch erhöht hat. Die Ausnahmen bilden den Tanks. Die Tanks sind so tanky, dass sie dann auch in dem Zwischenschritt stehen können. Aber ansonsten, was ich machen werde, oder was ihr machen solltet, ist, einfach euer Raid aufzuteilen. Die Ranges, die sollten auf C stehen, weil der Boss wird meistens zwischen A und B getankt und dann gibt es ein paar Leute auf B und ein paar mobilere, vor allem die Midis auf A. Guckt einfach, dass die Leute hinstellt und jetzt kommt der nächste Trick und das gucken wir uns in der Worte an. Also erstmal sofort drüber ziehen, sofort drüber. Jetzt kommen die Dudes nochmal. Da sind die Dudes. 3, 2, 1, dodgen. Jetzt registrieren, wo die Dinger hingehen und das sehen die Leute meistens sich. Der hier castet mitten durch den Raid. Jetzt ist nur ungefähr, der castet weg, der ist egal. Und jetzt ist nur wichtig, wenn du zwei Strang Gleitzeiter bekommst, bist du auch meistens tot. Auch der, du solltest eigentlich gar keinen Strang bekommen. Wichtig ist nur, der geht mitten durch den Raid. Wo castet der hin? Wenn ich jetzt nach links dodge, aber der nach da casten würde, wäre kacke. Kurz gucken, ja, der castet nach unten, dann sind die Leute hier safe. Das ist immer das Wichtige bei den Dudes. Kurz gucken, kurz registrieren, zack. Und wichtig hier ist auch noch, guck mal, wie weit wir den Boss an den Rand ziehen. Was auch ganz oft im Progress unterstützt wird, dass A ganz an den Rand geht. Die Leute denken immer A, B, C. Das ist so logisch, das ist intuitiv. Das ist falsch. A möchte hierhin. A möchte so weit es geht an den Rand, so dass er mit dem Arsch in die Wallerei guckt. Ja, übertreibt es nicht so, aber natürlich ist, das ist wichtig, damit B hier Zeit hat und C auch. A so weit. Und damit wir den Leuten auch wirklich indizieren, hey, komm, ziehen wir den Boss auch ziemlich weit an den Rand. Ja, hier zum Beispiel, guck den an. Der läuft ganz an den Rand hier. Und hier kommt halt der Overlap, über den ich gerade gesprochen habe. Als Tank kann man sie halt wieder reinstellen mit einem kleinen CD. Der zweite Frontal ist jetzt durch. Das ist der Tank, der angefangen hat. Der andere Tank wird jetzt spotten. Das ist das Spot-Timing dafür. Hier sieht man auch schon. Hier ist dasselbe wie bei den Firestorms. Solange ihr schon vorher auf euren Positionen seid, dann spielt die richtig. Was hier ganz oft passiert, ist das, was bei den Firestorms vorhin auch passiert ist, dass die Leute noch hier chillen. Da chillen, da chillen. Denn die Leute sagen, hey, ich bin in Gruppe C eingeteilt. Ich komme von hier locker. Ich mache noch ein, zwei Casts und dann laufe ich hier rein. Und das ist giga falsch. Denn was passiert denn, wenn du den Kreis hast? Ja, dann laufe ich auf C. Ja, was ist denn, wenn der hinter dir auch den Kreis hat? Wo läuft der dann hin? Bis ihr hier vorne seid, ist scheiße. Ihr steht alle schon auf euren Positionen und dann ist einfach nur, wenn hier zwei C sein sollten, der Weg nicht mehr so lang. Das werdet ihr auch bei uns sehen. Keiner bleibt hier hinten stehen. Alle laufen mit. Keiner bleibt hier hinten stehen. Das ist giga wichtig. Lauft vor. Sogar wenn ihr auf C seid, stellt euch auch ruhig auf B rein. Denn wenn ihr die Kreise habt, habt ihr nichts mehr mit dieser Einteilung A, B, C zu tun. Das hat nichts mehr damit zu tun. Wenn ihr diese Eidige habt, ist egal. Ihr müsst nach gesundem Menschenverstand, weil der es ist, wird nicht eingeteilt über die Wiegauer. Das ist eine Hinten Wiegauer oder Private Wiegauer. Die kann euch nicht einteilen. Ihr müsst selber entscheiden, okay, wo Sport ist. Ihr seht, die rücken alle auf, weil die genau wissen, die sind natürlich jetzt perfekt gesport. Weil die Leute so... Ansonsten Kamera von oben und zu gucken, hey, dieser Spieler ist natürlich ein bisschen weiter links als dieser Spieler. Deswegen, da müsst ihr gucken, dass der beste Tipp, den ich kennen kann, kommt näher ran. Nicht in den Zwischenraum stehen hier, ruhig schön verteilt stehen, nicht zu viel noch bewegeln und Einschlag kommt. Bumm. Das ist jetzt der zweite Effekt. Wenn ihr jetzt bis hier schon ohne Tote seid, perfekt. Jetzt wird der Boss gezogen, raus, raus, raus. Während immer, wenn der Boss gezogen wird, spreaden sich die Ranges nach außen, nach rechts und links, wie so Flügel, wie so Schmetterlingsflügel, breiten sie sich auch. Ein paar Leute nach da, paar Leute nach da und auch ein paar Ranges nach da. Der Grund dafür ist, es kommt jetzt eine der zweitschwersten Übergänge und zwar Blazings mit Frontwills und Firestorm gleichzeitig. Passt auf. Wir ziehen, wir ziehen, wir ziehen. Erstmal kommen die Blazings. Bei den Blazings ist es so, wie man es in Hartz hier auch schon kennt, bewegt euch in der Linie, obviously. Aber, was ich euch zu Mythic schon sagen kann, es wurde genervt und die Blazings sind fast scheißegal. Die Leute, die werden, die spielen die Blazings viel zu safe, wiegeln damit, bleibt einfach fucking stehen. Auch wenn hier fünf Blazings übereinander sind, obviously werdet ihr dann sterben, also da könnt ihr dann moven, aber ein oder auch zweier Overlaps, auch dreier Overlaps sind nicht so wild. Bleibt einfach stehen. Viel wichtiger ist jetzt, statt sich von dieser Scheiße ablenken zu lassen, wo sind die Dudes? Das ist nämlich wichtig. Statt auf dem Boden zu gucken, wo sind die Blazes? Die Dudes sind viel gefährlicher. Da ist ein Dude, da ist ein Dude, da ist ein Dude. Der guckt nach da, ist er safe? Nein. Warum? Eine Sekunde Armtime oder 0,5 Sekunden Armtime. Wo wird der Carsten? Zack und da. Mitten in den Regen reingedreht, weil der Spieler hier stand. Das ist jetzt wichtig, das zu dodgen. Auch wenn du Blaze hast, nimm die Beine in die Hand und verpies dich. Diese Frontals darfst du nicht abbekommen. Das Blaze ist scheißegal. Das musst du aufpassen. Das dodgst du und wenn du das Blaze jetzt abbekommst, ne, ich bekomme es ab, weil ich der Tank bin, obviously, aber der Mage hat abbekommen und die beiden haben abbekommen. Sofort irgendwas. Er zieht instant den Pains ab. Sofort ein Hebel. Er hat eine Sek bekommen sogar, denn das Wildfire 0,5 Sekunden zieht dem Raid die Hälfte. Hab ich ab, sie gab. Bam. Und der ist fast gestorben dadurch. Also an dieser Stelle. Wie läuft raus? Blazes kommt, scheißegal. Vorher schon verteilt stehen. Dudes kommt. 3, 2, 1. Gucken. Dudes dodgen. Nicht abbekommen. Zack, wer abbekommen hat. Instant Healpot. Wunderbar. Firestorm kommt. Bam. Das müsst ihr überleben. Das kommt in Phase 1 zweimal vor. Das ist im Raidplan auch eingeschrieben. Da. 0,8. Frontal plus Base. Right. Gefährlich. Überleben. Gut baiten. Das ist jetzt bei 0,3. Kurz nach 0,30. Das ist so bei 0,35 ungefähr vom Fight Timer. 0,44 ist es schon vorbei. Genau. Und das haben wir nochmal hier. Bei 1,40 haben wir dasselbe nochmal. Heiler sollten diese Situation einigermaßen gut kommen. Genauso wie die Dream Rants, auf die wir gleich kommen werden. Das sind die zwei Sachen, wo die meisten Leute sterben. Da müsst ihr also aufpassen. So, sobald das vorbei ist, werden wir zum Dream Rant gehen. Das ist eigentlich ziemlich einfach. Der Tank kann, muss nicht den Boss so ein bisschen ins Feuer ziehen. Nicht zu weit ins Feuer. Die Meleys, die hier stehen, wollen auf jeden Fall noch Uptime haben. Auf dem Boss ein bisschen Damage drauf machen. Und ansonsten könnt ihr, wir machen es nicht, weil wir mittlerweile viel zu schnelle Kill Timings haben. Aber was ihr machen solltet am Anfang ist, hier einen Gateway hinstellen. Ein Warlock Portal nach da oben hin, damit die Meleys so viel möglich wie Uptime haben. Dream Rant kommt. 3, 2, 1 und dann jetzt weg. So, jetzt erkläre ich euch ganz genau, was das Dream Rant macht. Erstens, es macht einen massiven Schaden. Der Raid tickt die ganze Zeit für super viel Schaden. Das muss heilungstechnisch irgendwie gecovert werden. So, als nächstes wird das Ding 7, 8 Mal Kugeln ausspucken. Fünf Kugeln insgesamt, das sind glaube ich, fünf, sechs Kugeln in Richtung von Spielern. Und das Einzige, was ihr machen müsst, ist erstmal auf die alle, auf den allerersten Spawn warten. Um den geht es nur. Nur den allerersten Spawn. Also ihr guckt euch den Boss an, wiegt euren Helfen euch zum Beispiel. Das ist der Spawn und das ist die Move Position. Ist aber nicht so wichtig. Es ist viel wichtiger, dass alle Leute aufpassen. Was wir auch machen, ist ein Windrush hier zu legen oder ein Raw zu nutzen hier, dass wir so ein bisschen Movement Speed haben. Time Spiral von dem Evoker wäre auch natürlich hier, damit die Leute ihren Movement Speed CD haben. Was man nicht machen kann, ist halt das, was der Spieler hier macht, right? Ich glaube, das ist einfach nur die Animation von seinem Blade Dance. Aber ihr solltet, wenn da die Quelle ist, niemals vorstehen. Weil wenn die Kugel hierhin kommt und wir versuchen auszuweichen, dann gibt es einen Unfall. Rechts vor links, bumm, Kugel tot. Das heißt, wir beten alle, soweit, ihr könnt auch da beten. Umso weiter rechts, umso besser. Aber hier ist die Schranke. Und was wir machen, ist, wir warten so lange, bis die Kugel uns fast erreicht. Und dann werden wir tippt, 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 tippt nach links. Pass auf, die Kugel kommt da. 3, 2, 1. Und wieder auf ein bisschen. Ich als Tank laufe vor. Der Grund dafür ist, dass ich halt den Boss mitnehmen will, um einfach den Midis zu sagen, hey, pass auf, kommt mit. Deswegen darf ich als Tank ein bisschen vorlaufen. Nicht so viel. So, 3, 2, 1. Da kommt das Ding. Und warte noch, nicht so viel, nicht so viel, tippt, 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 tippt. Und sobald das Ding weg ist, ja, sobald der down ist, wisst ihr, es kann keine Kugel mehr gebetet werden. Dann könnt ihr die Beine in die Hand nehmen und euch wieder verteilen. Was wir vorhin gesagt haben, Schmetterlingsaufteilung. Beim Verteilen wieder. Dahin, dahin und durch den Boss nach dahin. Alle Ranges verteilen sich. Denn hier kommt der schlimmste Part. Hier sterben die meisten Leute. Es sind noch Kugeln unterwegs. Man darf nicht zu weit hinten bleiben. Und beim nach vorne laufen kommen die Blazings. Da muss man einfach kurz gamen. Da gibt es sowas wie in der Linie laufen, stehen bleiben. Meiner Ansicht nach, es stehen bleiben, das Wichtigste. Auch wenn du mir liebes bleibst, bitte stehen kurz. Hier nämlich. Wir laufen, wir laufen, wir laufen. Diese Blazings hier. Auch am besten Def-CDs hier ziehen. Man kann fast nicht vermeiden, dass die Leute sich hier, wie man sieht, völlig chaotisch überschneiden. Am besten einfach hier, dass die Highlight oder Def-CDs hier gut ist. Ansonsten wird der Boss mittig gezogen. Und zwar sehr nah dran, wo 1, 2, 3, 4 Flächen kommen. Das seht ihr auch hier bei uns. Auf der Seite 3. 1, 2, 3, 4. Das sind diese vier Bereiche hier unten, die vollgemacht werden. Das ist dasselbe wie die allerersten Firestorms. Das bedeutet, wer hier nach noch hinten steht, macht was falsch. Ihr sollt jetzt, während die Dudes gleich kommen, versuchen, von der Position her, alle nach vorne zu kommen. Du willst da stehen, du willst da stehen, du willst da unten stehen, du willst da unten stehen. Derselbe Grund dafür, wie auch beim ersten Mal. Denn es kommen die Dudes erstmal. Guck mal an. Jetzt sind die gebetet. Einer geht mitten durch den Raid. Vorsicht. So. Und jetzt kommt Firestorm. Und Firestorm löst erstmal diese Kreise aus. Und natürlich diese Kreise hier. Wichtig ist, jetzt gibt es Mealys, die panisch versuchen, drei Sachen zu machen. Uptime halten, während sie die kleinen Einsteige dodgen, während sie die großen Einsteige auch ausweichen. Und davon ist eine Sache nicht wichtig. Und zwar das letzte. Dieser Kreis macht gar keinen Damage. Wirklich fast gar nichts. Da könnt ihr drin baden. Das könnt ihr machen. Auch wenn das Ding einschlägt, macht das keinen Damage. Das ist nur eine Art Grafik, wo ihr den Kreis ablegen werdet. Sonst macht das gar nichts. Und viele lassen sich davon irritieren. Mealys Kamera von oben. Ignoriert diese Scheißkreise. Nur die Einschläge sind wichtig. Die sind da sterben wieder. Also da kurz aufpassen. Kurz gucken, wo Lücke ist. Die sind ein bisschen kleiner, als es aussieht. Ich stehe fast drin, aber da macht es nichts. Und hier ist es halt wichtig, dass man beachtet. Genau. Da haben wir es. Ja. Perfekt. Da einer. Da einer. Da einer. Da einer. Und wenn ihr das erst macht, wenn ihr noch hier hinten steht, werdet ihr es nicht schaffen. Ranges, ob wir sie, die ein bisschen mobiler sind. Versucht die ganz äußeren Positionen zu nehmen. Wichtig ist auch, die Position 1 und die Position 4 an der Stelle, die sind fest. Und zwar so nah wie möglich an den Rand. Und der auch so nah wie möglich an den Rand. Egal, wo Position 3 und 2 stehen. 4 darf sich nicht bewegen. 4 macht oft den Fehler, dass er versucht, noch irgendwie nach oben zu rutschen, weil 3 noch zu nah dran ist. Nicht dein Job. Dein Job ist es, dass du als 4 erkennst. Du bist der Äußerst. Du bestellst dich dahin. Da kackt der Igel. Guckt. Und 3, 2, 1. Zack. So, da haben wir es. So, er läuft jetzt, weicht kurz aus. Und läuft jetzt dahin. Egal, wie der ihm auf den Sack gehen würde. Weil seine Verantwortung ist es, wieder zurück zurück. Ja. Da genauso. Haben die super gespielt. Wunderbar. Dann ziehen wir den Boss. Und dann kommt die nächste Seite hier unten anstatt. Das ist wieder die zu zogen. Vorsicht. Ich habe den Raidplan angepasst. Wie ich denke, dass es mittlerweile angenehmer ist zu spielen. Das werdet ihr nicht im Video sehen. Aber das ist kein Unterschied. Es ist einfach nur wie hier vorne. A, B, C. Nur halt ein bisschen umgedreht. Ja. Das ist einfach jetzt nach oben gerichtet. Aber dieselben Regeln gelten dafür. Dieselben Sachen, die ich euch vorhin schon gesagt habe, kommt also schon mal ran. Ja, auch die Gruppe C kommt dran. Kurz die Dudes. Kurz aufpassen. Kurz dodgen. Dann Kamera von oben. Ganz wichtig. Kamera von oben an der Stelle. A, B, C. Wir werden es anders machen. Bei uns ist es halt A, B, C. Aber lasst euch davon nicht irritieren. Die Logik bleibt dieselbe. Es ist nur angenehmer, falls ihr ein P... Hat einen Grund. Das ist einfach nur, weil wenn ihr die letzten Fall ist, so spielt, habt ihr ein bisschen mehr Platz. Aber spielt das einfach, wie ihr wollt. Es spielt das einfach nach Raidplan. Und was ihr auch machen solltet, ist halt wirklich rankommen. Ja. Die C-Leute können da stehen bleiben, aber nicht zu weit weg stehen. Einschläge kommen. Wir spielen es ein bisschen anders. Könnt ihr auch so spielen. Das ist literally scheißegal. So. Die Einschläge sind da. Der Raid ist low. Jetzt kommt die eine Minute 40 Phase, die ich sagte, das ist die zweitschlimmste Phase mit den Blazings. Was wir wieder machen, ist, wir ziehen wieder den Boss. Beim Ziehen ist es wieder Schmetterling. Ja. Das heißt, die Leute verpisst euch nach da. Die Leute verpisst sich nach da. Und die anderen Leute verpissen sich nach da. Noch ein Zusatztipp. Ein oder zwei Range-IDs. Stellt die mal ab, dass die hier bleiben. Ganz vorne bleiben. Weil meistens spawnen da auch diese Dudes. Und die will man nicht im Raid haben. Weil hier ist die drittschlimmste Sache. Man spattet sich. Blazings kommen und die Dudes. Die Blazings hier sind völlig irrelevant. Alle anderen Blazings könnt ihr noch einigermaßen spielen. Die Blazings hier ab jetzt. Auch wenn ihr den 10er Stack habt. Es ist euch scheißegal. Das Einzige, was an der Stelle bei 1,40 wichtig ist, sind die Dudes. Wenn die euch erwischen, seid ihr Toast. Ja. Ihr guckt. Und Frontal. Einer. Der geht durch den Raid. Der geht raus. Der geht raus. Es ist nur der wichtig. Nur der wichtig. Nur diesen Blink. Beachten. Aufpassen. Und hat sich keiner treffen lassen. Perfekt. Wenn sowas ist. Geil. Aber wenn sich jemand trifft. Dasselbe Prinzip wie vorhin bei 30 Sekunden. Es kommt direkt ein Frontal into Wildfire. Wenn ihr getroffen worden seid. Bamm. Jetzt nochmal eine Explosion. Nicht so geil. Das Dispellen. Brauchen wir nicht mehr drüber reden. Das wurde totgenervt. Früher war das wirklich schwierig. Aber wenn ihr immer noch struggelt. Weil sogar vier Heiler nicht schaffen. Drei Dispels zu managen. Dann habt ihr hier eine Stelle. Wo ihr ganz kurz Zeit habt. Zu Must Dispellen. Das war unsere Pose. Weil die Leute hier gestackt stehen. Also wenn ihr wirklich Leute habt. Reinstellen. Must Dispell. Fertig. Selbes Prinzip nochmal. Jetzt kommen wir auf die nächste Seite. Wir sind fast im Ende vom Pier 1. Und zwar hier. Der Boss wird hier unten hingebaitet. Macht das Dreamland. Alle laufen hoch. Und hat die letzte Wurzel. Dieselbe Logik wie auch beim ersten Mal. Nicht vorlaufen. Nicht in die Laufrichtung schon mal stehen. Und dann warten. Und dann dort gemeinsam laufen. Und jetzt kommt die vierte Stelle. Die auch Tote fordert. Aber pass auf. Dreamland kommt. Und zack. Wir sammeln uns alle unter der Wurzel. Nicht der vierten. Der dritten Wurzel. Das ist genau richtig. Genau. Die Straße kommt. Das ist die Straße. Nicht rechts davon stehen. Auf gar keinem. Hier könnte ich stehen. Ist mir egal. Aber da nicht stehen. Ihr wartet hier. Drei. Zwo. Und das ist ein bisschen schneller. Und wichtig ist hier vor dem Boss in Langlaufen. Es ist so wichtig. Dass ihr nicht kacke baiten dürft. Dass nicht mal der Tank. Also nicht mal ich. Laufe vor. Das heißt. Der Boss wird immer hinter uns laufen. Also ist hier die Initiative. Dass die Milis auch sich vor dem Boss stellen. Also lauf vor dem Boss mit. Vor dem Boss mit. Nicht nicht hinter dem Boss. Komm. Immer vor dem Boss. Vor dem Boss. Weil ihr seht. Die Kugeln sind so eng an dem Boss. Der Schwanz berührt die Kugelfass. Wenn ihr hinter dem Boss steht. Seid ihr immer tot. Immer vor dem Boss. Vor dem Boss. Fall of Damage. Das ist die Balken. Die Wiegoren habt ihr. Ob die jetzt von Limitledredo. Chaos ist. Wie auch immer. Yeeten wie immer Schmetterling. Einer yeetet nach da. Einer yeetet nach unten. Einer yeetet nach da. Wie auch immer. Wir haben auch jemanden mit Spellbob. Der bleibt hinten stehen. Scheißegal. Spellbob. Wenn ihr sowas habt. Auf den Monk. Oder auf den Priester. Weil die am Rampen sind an der Stelle. Und dann Hardcast gebunden sind. Und ihr verteilt euch. Und das ist wichtig jetzt hier. Hier die Kamera. Dieses Blazing ist meistens das gefährlichste Blazing. Und ich hab ja immer gesagt. Scheiß auf Blazings. Das ist das einzige Blazing Set. Das ihr wirklich gut spielen müsst. Weil das passiert nichts mehr. Das ist das letzte was passieren kann. Und ihr seid schon Low HP. Bei den ganzen anderen Sachen seid ihr nicht Low HP. Hier jetzt ein Doppel Blazing zu bekommen ist Kacke. Kamera von oben. Stehen bleiben. Chillen. Ganz kurz. Und auch hier ruhig mitteilen. Ruhig mal eine heilende Woge. Lichtblitz. Irgendwie World of Glory. Macht irgendwas. Heilt einfach. Hier darf keiner sterben. Denn der Boss. Wir haben ihn jetzt schon auf 70%. Manchmal kann es sein. Dass ihr. Wenn ihr im Progress obviously seid. Sechs Sekunden ist noch die Firestorms. Dann legt sie einfach nochmal hier ab. Deswegen haben wir halt diesen Platz da freigelassen. Legt das einfach nochmal. Mal hier ab. Und gut ist. Und dann spielt es einfach ein bisschen länger. Zum Progressen würde ich auch die ersten zwei Abende empfehlen. Einfach mit Bloodlust zu progressen. Ruhig potten. Ruhig Bloodlasten. Hauptsache dass ihr ungefähr schafft. Dieses 70% Timing hier zu erreichen. Ohne Bloodlust werdet ihr es nicht schaffen. Und glaubt mir. So nochmal 100 Puls mehr. Und dann habt ihr auf einmal den Damage. Weil die Leute werden immer besser im Move and Damage zu machen. Das ist insane wie viel Damage ihr gewinnt. Und das war es eigentlich auch schon zu P1. Es passiert nichts mehr. Da kommen nochmal die Dudes. Die werden gebetet. Man konnte früher noch Damage melken. Indem man halt noch gewartet hat. Damage Stop gemacht hat. Dann casten. Damit man im Cast noch Damage. Scheiß drauf. Macht euch darum keine Kopfschmerzen. Es ist nicht relevant. Pullt einfach fertig. So wunderbar. Das war P1. Jetzt kommen wir zur Intermission. Bei der Intermission ist das erste was anfängt. Ist erstmal, dass hier das Gateway steht. Ungefähr nach da. Es ist nicht auf dem Pixel genau wichtig. Und was man ungefähr macht. Ist so zwischen 0,2 und 0,4 Sekunden Restlaufzeit. Einfach das Gate zu drücken. Nicht erst am Ende. Ungefähr da. Ich mache es nicht. Weil ich Death Knight bin. Und mit meinem Death Advance Knockback immun bin. Man kann auch Rescue. Man kann auch blinken. Also muss jeder selber entscheiden. Was er dafür nutzen will. Um halt diesen Knock zu immunisieren. Ansonsten die Node. Habt ihr ja auch im Raid Plan. Wie es aufgebaut werden soll. Auf die gehen wir nochmal ein. Das ist klar. NS Display Start. Dann Healer 1, 2, 3. Könnt ihr einfach einsteilen. Die Namen. NS Display End. Ihr könnt auch im Video einfach die Not euch angucken. Zur Not. Und ansonsten teilt ihr 1 Tank und 7 DPS auf die linke Seite. Und 1 Tank und 7 DPS auf die rechte Seite ein. Das ist summiert 16 Spieler. Wer bleibt übrig? Die 4 Heiler. Weil die nicht eingeteilt werden. Die werden zwar auch eingeteilt. Aber dann automatisch. Meistens sind sie dann hinten eingeteilt. So. Was das bedeutet jetzt. Wir gehen mal ganz kurz auf die Übersicht. Wie P2 funktioniert. Damit das jeder einmal versteht. Und zwar gibt es hier diese Kreise. Ja. Da ist ein Kreis. Und da ist ein Kreis. Und da ist ein Kreis. Und da ist ein Kreis. Sagen wir mal. Das ist rot. Das ist lila. Das ist rot. Das ist lila. Auch nur ein Beispiel. So. Wenn ihr jetzt eingeteilt seid. Und ihr seid beispielsweise links eingeteilt. Jetzt ist mit links nicht mit lila verwechseln. Und rot nicht mit rechts verwechseln. Das ist etwas, was ganz oft passiert. Ich glaube, ich habe einen gleichen Trick. Wie man das Ganze besser auseinanderhalten kann. Was ihr macht ist. Wenn die Wieg-Euro euch ansagt. Und auf dem Tachometer euch sagt. Wo ihr eingeteilt seid. Dass ihr, wenn ihr zählt. Zum Beispiel seid ihr die 3. Wenn ihr dann zählt. Dass ihr ganz kurz die rot. Wenn ihr seid zum Beispiel rot 3. Auf der linken Seite seid ihr rot 3. Was ihr dann macht. Ist die roten Kugeln zu zählen. Das ist rot 1. Das ist rot 2. Das ist rot 3. Es kann durchaus sein, dass rot 3 auch ganz vorne spawnt. Das ist immer super flexibel. Zählt das und lauft dann hin und zog das. Mehr müsst ihr nicht machen. Die zweite Sache ist. Wenn ihr eine andere Farbe zogt. Die euch nicht eingeteilt ist. Seid ihr sofort tot. Ihr kriegt von der anderen Farbe einfach 30 Millionen mehr Damage. Und zweitens. Wenn ihr was gezogt habt. Macht die Folgekugeln mehr Damage. Kugel 1 macht fast keinen Schaden. Folge 2 macht schon gut Schaden. Die dritte Kugel macht immens viel Schaden. Das ist einfach nur damit ihr selber einschätzen könnt. Für was ihr CDs nutzt. Aber auch das ist eingeteilt. Da geht es jetzt gleich los. Knockback kommt. Und da kommt dieses Tachometer. Das muss man halt von hinten beachten. Das Tachometer bedeutet. Hier ist halt hinten. Das ist der Schwanz. Und das breitet sich nach da. Und nach da aus. L1 bedeutet. Ich bin hier irgendwo eingeteilt. Was man dann machen kann. Ist einfach. Was ich immer gemacht habe. Als ich als CD geprogresst habe. Ist auf die Farbe meines Schildes zu gucken. Das hat am besten geholfen. Weil dieses L1 Spam ist nicht permanent da. Das ist immer bing, bing, bing. Und was ich gucke. Ich gucke auf das Schild. Aber du kannst auch hier oben hingucken. Das ist rot. Du kannst in die WIG auch gucken. Das ist auch rot. Oder du guckst halt auf die Sage Chat. Das ist auch rot. Oder du guckst hier mitten auf den Bildschirm. Da kommt eine fette Schriftzeichen. Da steht Flame Orb statt Shadow Orb. Das ist auch rot. Welchen Indikator du davon nutzt. Ist deine Entscheidung. Ich habe einfach auf wirklich das Ingame Schild geguckt. Sobald ihr die Farbe registriert habt. Registriert ihr die Zahl. In dem Fall ist das 1 bei mir. Obviamente ich bin der Tank. Der Tank hat immer die 1. Aber das ist das Erste was passiert. Also geht ab. Ich sehe mich am Boden. 3, 2, 1. Gateway. Und dann Farbe. Rot. Zahl 1. Okay. Ich weiß Bescheid. Was dann passiert ist. Und jetzt hört mal zu. 3, 2, 1. Zählen. Genau. Ich sage das Zählen. Wirklich erst dann. Nachdem die Kugeln gespawnt sind. Ähnlich wie vorhin. Wo ich gesagt habe. Der Dreadleiter muss übernehmen. Dass er dieses Gucken. Wo die Dudes hinbeten. Nur in der Sekunde. Nicht prophylaktisch. 2, 3 Sekunden vorher. Dann gucken die Leute. Und gucken wieder weg. Hier ist wirklich erst dann. Wenn die Kugeln da sind. 3, 2, 1. Und die alten Flächen. Die wir in Phase 1 abgelegt haben. Lösen sich nach und nach auf. Weswegen es deutlich einfacher ist. Wenn ihr in Phase 1 den Damage habt. Um dieses letzte Set nicht zu bekommen. Dann kommen die Kugeln aus diesen Dingern nicht mehr. Ihr spart euch 4 Kugeln. Könnte man sagen. Oder 3. Weil die mittleren werden aufgefressen. Und dementsprechend das als Kleintipp. Ansonsten. Einfach nur 10. Also in dem Fall. Der ist L1. Lila. Das ist seine Kugel. So. Was ist noch da? Das ist jetzt L2. Das ist also auf der linken Seite die zweite rote. Das ist die erste rote. Das ist die zweite rote. Vorsicht. Das ist die dritte rote. Da ist kein lila dazwischen. L3. Das ist deiner. Super easy. Muss man nur einmal gucken. Wichtig ist einfach. Dass man dann immer wieder aufpasst. Wieder auf Position. 3. 2. 1. Gucken. Zählen in Ruhe. Das ist rote Kugel 1. Rote Kugel 2. Rote Kugel 3. Das ist lila Kugel 1. Lila Kugel 2. Auf der anderen Seite genauso. Genauso. Right. Und du hast immer mehr Leute als du Kugel hast. Deswegen dürfte eigentlich kein durchkommen. Die größte Verwirrung findet immer zwischen Kugel 3, 4 und 5 statt. Vor allem 5. Hintenrum. Hier sind die Heiler immer eingeteilt. Alle Heiler sind hier. Bei den Heilern würde ich gar nicht so großartig drauf achten. Zumindest nicht am Anfang. Am Ende ist es schon wichtig. Aber als Heiler, wenn ihr lila seid, fangt einfach alle lila Kugeln ab, die einigermaßen drohen, in den Boss reinzugehen. Natürlich ist zählen wichtig, aber bis 5 zu zählen als Heiler, der wirklich beschäftigt ist, den Rate zu heilen, ist nicht so einfach. Also einfach zockt irgendwas. Ist fine. Gut. Und jetzt kommt die Sache. Das waren die zweiten Kugeln. Jetzt, sobald die zweiten Kugeln drin sind, sofort verteilen. Es kommt Blazings. Und diese Blazings hauen euch zu scheiße. Deswegen zu den Blazings dicke Dev-CDs. Ich call das auch jetzt gleich hier. Pass auf. 3, 2, 1. Zählen. Zocken. Dann Max-Range. Abstand miteinander. Dev-CDs jetzt. Dev-CDs jetzt. So. Und jetzt, das sind die Blazings. Ihr zählt. Ihr guckt schon mal mit der Kamera. Das ist das dritte Set an Kugeln. Aber ihr wartet noch. Ihr wartet, ob ihr Blazings bekommt. Und wenn ihr Blazings habt, dass ihr auf gar keinen Fall einen doppelten Overlap habt. Und einen dicken Dev-CDs. Ich kann schon mal zählen. Lasst die einfach in euch reintreiben. Macht schön Damage drauf. Genau. Und was ich gerade gecallt habe, macht schön Damage drauf. Aber es ist wichtig. Viele Leute, während sie Blazings haben und zählen sind, sind so beschäftigt mit Mechaniken, dass der Damage droppt. Und das wird euch dann gleich hinten in den Arsch beißen. Macht einfach Damage. Und das ist jetzt, was ich meinte mit Immunisationen, sind wirklich wichtig hier. Wenn ihr Klassen habt, wie Hunter oder wie Paladine, die Bubble oder Schildkröte ziehen können, Aspekt. Die können einfach einen Aspekt ziehen und sofort eine Kugel zogen und alle Kugeln aufsammeln. Wichtig ist, als Tipp, was ich euch geben kann, wenn ihr Paladin oder wenn ihr Hunter seid, sogt eure eigene Kugel und dann lauft sofort nach oben zur Position 5 hinterm Boss. Ignoriert die anderen Kugeln. Die sind nicht so wichtig. Es ist wichtig, dass dieser Aspekt, weil da kommen die meisten Kugeln durch, die einfach wegsogen. Das ist euer Job. Wenn ihr das macht, super geil. Vor allem als Paladine kannst du eh noch Damage machen nebenbei. Ja, mach das einfach. Nimm die Kugel, zack. Er macht es zum Beispiel nicht, weil er braucht nicht mehr, weil Damage kann. Und wenn ihr... Im Progress werdet ihr nochmal ein Blazing-Set bekommen. Und das ist das Blazing-Set. Wenn ihr jetzt ein Blazing-Up bekommt, es ist mir egal, ob ihr noch Death-Zellis habt oder nicht, ihr müsst Healpotten oder einen Gesus schlucken. Die Healpots und Gesus sind danach im ganzen Fight nicht mehr wichtig. P1 gab es zwei Stellen, die ich euch gezeigt habe, die wichtig waren. Das ist die letzte Stelle. Das zweite Set-Blazing in der Intermission. Ihr seid low. Wenn ihr dann noch einen Blazing-Punkt sofort vorbeugend, auch wenn ihr wisst, dass ein Healpotten kommt, ihr müsst hier Healpotten. Wenn ihr hier sterbt, weil ihr einen Healpot gegreedet habt, da zum Beispiel. Nicht geil. Das ist ein Healpot-Engel auf jeden Fall. Immer auch als Raid-Leiter und als Analyst. Geht rein, guckt. Blade gestorben, Healpot nicht genutzt. Keine Ahnung. Sofort den Freddy einladen und dann die Susi raus. So, und damit kommen wir schon zu P2. Das war es. Wie viel Boss-HP ihr dann gefolgen habt, ist erstmal nicht so wichtig. Aber das war Phase 1 und das war die Intermission. Wir gehen nahtlos in Phase 2 rüber. Der Raid-Plan ist aufgeteilt in Phase 1 und 2, weil es gibt eine Maximalanzahl von Blättern, die man nutzen kann. Und damals war halt P3 noch so breit, dass ich den eigenen dafür gehabt habe. Mittlerweile wird das auch in einen Raid-Plan passen. Aber deswegen müsst ihr switchen zwischen den Phasen. So, wir gehen in die Intermission. Das wird hier nicht so viel Sinn machen für euch. Deswegen machen wir das alles wirklich realitätsgetreu im Game. Wieder die Schmetterlings-Position. Der Boss wird ungefähr hier an die Spitze gezogen fürs erste Mal. Den Grund dafür nenne ich gleich. Und die Ranges verteilen sich wirklich. Da hinten ist noch eine Posey. Da ist eine Posey. Da hinten ist eine Posey. Nicht alle in dem Boss. Ganz, ganz wichtig. Die einzigen, die wirklich eine Ausnahme haben, sind Evoker. Die haben halt nicht so eine große Range. Was unsere Evoker machen, sie machen ganz kurz mit Ebon Might auf die Targets, weil die halt mit Proximity arbeiten. Und dann daschen die raus, bevor das große Übel kommt. Und zwar Blazings. Blazings sind in Phase 2 viel schlimmer und viel gefährlicher als in Phase 1, weil sie sofort wipen können. Nicht nur Damage-Income-technisch, aber auch mechanisch. Werde ich euch drauf eingehen. Also, das erste, was passiert, ist wirklich nichts. Gar nichts. Man kann Damage machen. Es spawnen die Spirits, über die reden wir gleich. Für Relax-Bite kommt. Und das sind die Blazings, right? Der erste Frontail war da. Der zweite Tank, in dem Fall bin ich da, spottet. Und dann ziehe ich den Boss schon. Ihr könnt aber auch, wenn ihr wollt, das Blazings noch abwarten, damit die Milis nicht genötigt werden, zu laufen während Blazings. Ich ziehe den meistens jetzt schon, weil ich vor dem zweiten Frontail den Boss auf Posey haben möchte. Und ziehe, und ziehe, und ziehe. So. Das ist mein Job meistens. Ich will den jetzt schon mal auf der Posey haben. Wenn ihr keinen schnellen Tank habt, dann kann das sein, dass der Boss hier schon stehen bleibt. Ist auch fein. Müsst ihr gucken, wie ihr das macht. Und hier ist die Sache, was jetzt passiert. Guck mal hier. In 5,4 Sekunden kommt Blaz und Firestorm gleichzeitig. Und es sind die alten Spirits da. Und es spawnen drei Sekunden nach dem Firestorm auch schon neue Spirits. Das ist die erste Stelle im P2, die gefährlich ist. Also, was ihr jetzt macht, ist, ihr verteilt euch. Ganz klar. Ja. Ranges dahin, dahin, dahin. Super weit weg. Milis um den Boss herum, obviously. Und was ihr jetzt beachtet, ist, Kamera von oben. Und dann die Blazings beachten. Die Blazings haben die allerhöchste Prio, wenn die Blazings einen Mob schneiden würden. Also, wenn die Blazings schnurstrack nach hinten gehen, kurz umdrehen, jo, dann dürft ihr moven. Oder es spawnen ja neue Seelen rechts und links. Wenn die die schneiden würden, das ist vor allem für die Milis wichtig, auch dann dürft ihr moven. Wenn euer Blazing keine Seelen berührt, dann ist das Blazing von der höchsten Prio die unterste Prio. Wenn das mitten in den Raid rein zeigt, scheißegal. Denn die nächsthöhere Prio ist unbedingt Firestorm. Firestorm wird euch one-shotten. Und da man manchmal gar nicht vermeiden kann, dass 30 Firestorms plus 50 Blazes kommen, ist hier fette Dev-CDs eingeplant. Also zieht alle Dev-CDs. Ich call es auch hier nochmal. Und jetzt Achtung darauf, dass ihr nicht die Geister ansteckt. Rechts und links nicht und hinter dem Boss auch nicht. Jetzt kommt die, ihr seht, da sind die Geister. Da ist ein Geister, sieht man hier rechts nicht. Da sind die Blazes. Derjenige, der diesen Blaze hat, muss unbedingt aufpassen, dass er nicht die Geister hinten schneidet. Dann darf er wirklich auch damit horizontal, vertikal laufen, wie er will. Und gleichzeitig Kamera auf dem Boden. Und aufpassen, dass man nicht diese Einstiege frisst. Da sind die Einstiege. So, hier. Hier ist jetzt gewaltig viel los. Guckt euch das Bild mal an. Ja, das ist ein gewaltiges Bild. Hier ist ein Einschlag, da ist ein Einschlag. Hier ist ein Einschlag, da ist ein Einschlag, da ist ein Einschlag. Hier ist ein Blazing, da ist ein Blazing, da ist ein Blazing, da ist ein Blazing, da ist ein Blazing. Hier sind Geister, die man nicht berühren darf. Das ist deswegen Death-CDs. Ja, zieht einen fetten Death-CD. Denn das Risiko, dass ihr irgendwas abbekommt, ist hoch. Aber ihr müsst das gamen. Ihr müsst diese Stelle überleben und wirklich ernst nehmen. Hofft uns zu greeden. Ihr müsst eh Damage poolen, weil wichtig ist halt, Damage auf diese beiden Kolosser zu machen. So, wenn ihr das überlebt habt, sobald die Einschläge sich beruhigt haben, ist wichtig, jetzt zum Boss zu kommen. Denn jetzt fängt die Cage-Mechanik an. Die Cage-Mechanik ist eigentlich ganz, ganz simpel. Auf die gehen wir gleich. Erstmal spawnen die beiden Ads. Das ist einmal der Burning-Kolossus, das ist auf Boss-Position 2. Und wir haben einmal den Dark-Kolossus auf Boss-Position 3. Ihr könnt euren Raid-Frame nehmen, um darüber, vor allem als Tanks, sofort das Target zu finden, statt ihm zu versuchen, die Namensplaketten hier zu lesen. Darüber auch an alle DDs würde ich euch fokussen. Bis auf Arcan-Mages müssten und sollten alle auf den Burning-Kolossus gehen. Beim Arcan-Mage, der Ramp dauert halt so lange auf, dass der wahrscheinlich sterben wird, bevor er komplett durch ist, wenn das ready ist. Aber ansonsten alle auf den Burning-Kolossus. Der Grund ist ganz einfach. Wenn der Burning-Kolossus tot ist, wird die ganze Cage-Mechanik, die ganze Cage-Mechanik hört dann auf. Das macht irgendwie keinen Sinn, obwohl der Dark derjenige ist, der caged. Aber der Burning-Kolossus ist derjenige, der diese Cage-Mechanik steuert. Und wenn der stirbt, kommt keine Cage-Mechanik mehr. So, apropos Cage-Mechanik. Jetzt passiert einfach nur Folgendes. Und zwar, vier Spieler werden einen Kreis bekommen. Einen dunklen Kreis. Das sind die Cages, das sind die Käfige. Und deren Aufgabe ist ganz einfach. Die suchen sich eine der beiden Positionen. Entweder X oder Blau. Je nachdem, wo ihr steht. Ihr müsst nicht unbedingt 2-2. Es kann auch 3-1 sein. Es ist nicht so wild. 3-1 ist ein bisschen, ne? Müsst ihr aufpassen. Das ist schon fast One-Shot. Macht euch darum keine Sorgen. Es ist viel wichtiger, dass ihr erstmal wirklich pixelgenau von oben schön auf eure Markierung kommt. Das zeigen wir erstmal separat, bevor wir auf die zweite Rolle eingehen. Cages kommen. 3, 2, 1. Und zack. Da sind sie. Das sind die vier Cages. Guckt sie euch an. Das ist erstmal wichtig. Da ist einer, da ist einer, da ist einer, da ist einer. Super. Die gehen beide auf Rot. Die gehen beide auf Blau. Super easy. Mehr müsst ihr nicht machen. Ganz easy. Kann jeder bekommen. Kann auch ein Highlighter bekommen. Müsst ihr aufpassen. Gleichzeitig bekommen vier weitere Spieler auch noch rote Kreise. Diese vier Spieler drücken das Makro, was sie bei Smolderon auch schon gedrückt haben. Das ist dasselbe Makro. Wir verlinken es unten in der Kanalbeschreibung nochmal für Leute, die mit Leuten progesten, die Smolderon nicht geprogest haben. Wenn ihr also lila bekommt, geht ihr auf Posi. Wenn ihr Rot bekommt, braucht ihr gar nichts machen. Nur das Makro drücken. Jetzt Vorsicht. Die beiden schnellsten Spieler, die das Makro gedrückt haben, werden eine Einteilung bekommen. Die beiden schnellsten. Hier solltet ihr eventuelle Ausnahmen einfügen. Es gibt Leute, die verlieren giga viel Schaden, wenn sie die ganze Zeit moving müssen. Das bedeutet, ich habe auch Ausnahmen verhängt, wo ich gesagt habe, hey pass auf, wenn du den roten Kreis hast, brauchst du das Makro nicht unbedingt drücken. Oder wenn, dann super spät. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass du eingeteilt wirst, spät ist. Aber umso mehr Ausnahmen ihr verhängt, umso größer ist das Risiko, dass keiner das Makro drückt. Also drückt einfach das fucking Makro. Punkt Nummer eins. Dann guckt ihr, ob ihr bei Rot oder bei Blau eingeteilt seid und lauft schon mal in die Nähe. Denn, und jetzt kommt drittens, und das ist die wichtigste Information, dieser Kreis macht gar nichts. Und, dass die Leute denken, das tickt die ganze Zeit verdämmt, das macht gar nichts. Lauft mitten in den Raid damit. Dieser Kreis ist scheißegal. Er macht nur beim Explodieren am Ende einmal Schaden. Das ist halt wichtig. Was viele halt falsch machen, ist, die stehen mit dem roten Kreis hier und dann wollen sie bis nach Rot laufen. Lauf mitten rein, stell dich mitten hier hin. Ist fein. So, und was mal wichtig ist, auch noch beachtet ist, und ich mach das halt über diese Bar hier, Cages rausholen. Wir holen sie raus in drei, zwei, eins, rausholen. So, und das habt ihr gesehen, was jetzt X fast schon falsch gemacht hat. Habt ihr das gesehen? Er hat sich halt als X da vorne hingestellt und hat es fast nicht mehr geschafft. Ihr habt aber wirklich lange Zeit. Also, Blau mag hier umkommen. Rote, da ist jetzt Break X, da ist Black Black. Break Blau. X muss halt gewaltig aufpassen, denn die Cages werden in 1,5 Sekunden gearmt. Das heißt, er wird dann in die Luft geschleudert, deswegen muss er außen rum. Die Bewegung nach außen ist natürlich jetzt hier in dem Fall Quatsch. Der steht hier und geht nach da raus, obwohl er einfach hätte darüber gehen müssen. Aber es ist Evoker im Hauber, kann einfach nochmal drüber rum. Zack, 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 wunderbar. Doppeljump und zack, die wurden rausgeholt. That's it. Mehr muss man dann nicht machen, weil so funktioniert die Cage-Mechanik. Super easy, werdet ihr beherrschen. Jetzt kommen wir zu wahrscheinlich das ikonischste, was in P2 passiert, und zwar die Ads. Bevor wir zu den Ads gehen, sei gesagt, hier kommt nochmal eine Stelle, die wirklich juicy ist, und zwar wieder Blazes. Ich habe gesagt, Blazes in P2 sind übel. Ihr habt zwar vorhin schon dicke Dev-CDs gezogen, um dieses Blazings plus Firestorm zu überleben. Wenn ihr eine Klasse seid, die jetzt noch einen CD hat, und viele Klassen haben noch einen zweiten CD, oder irgendeinen Support-Spell zum Heilen, dann nutzt den hier, weil die Blazings hier sind super wichtig. Weil hier auch kann man nicht ganz ausschließen, dass man ein oder zwei Blazings abbekommt. Einfach, weil man erstens einen Job zu tun hat. Man muss halt knocken, kicken, interrupten. Und zweitens, weil man teilweise auch last-second-moven muss, weil während die Blazes kommen, spawnen schon wieder Geister. Da haben wir wieder die fünf Geister, und hier haben wir wieder den Baum. Und Blazings kommen jetzt, right? Da ist ein Blazing, ich habe ein Blazing hier, guck, es kommt mitten in den Boss rein. Und da muss man halt aufpassen, deswegen kann es durchaus passieren, dass Leute noch last-second-moven. Und hier noch ein CD zu ziehen, ist wichtig. Ansonsten gehen wir erstmal ganz kurz auf die Einteilung hier ein, und zwar wie das hier funktioniert. Ich habe euch unsere damalige Einteilung, die wir eigentlich immer noch nutzen, hier Namen nicht mal drin gelassen, bis auf den, das muss ich wieder einfügen, dass ihr einfach nur ein Beispiel habt. Hier steht auch Beispiele-Einteilung, damit ihr das entweder kopieren oder ungefähr davon ableiten könnt. Jetzt gibt es auch begriffliche Unterschiede zwischen knocken und kicken, right? Knocken sind alle Sachen, die so grippen, displacement, right? Alles, was knockt, alles, was die Mobs bewegt, sind knocks. Knocks. Und kicken ist Interrupten. Und da gibt es einen Unterschied, denn die Äußersten müssen genockt werden, die müssen reingenockt werden in die Mitte. Fünf davon links, fünf davon rechts, elf in der Summe. Und die anderen müssen nur gekickt werden. Warum? Die sind doch immobil. Warum sollten die gekickt werden? Der Grund ist, wenn die Casten die ganze durchcasten, stirbt der Raid. Das macht gewaltig Schaden. Deswegen ist es so wichtig, dass man die interruptet. Und wenn ihr callt, kick, 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 dann ist damit nicht der Knock gemeint. Kickt die einfach. Ihr seid auch eingeteilt zum Kick. Aber wie wir das machen, ist, ich bin der DK, ich habe nur einen Grip eingeteilt. Die meisten teilen beides ein, damit sie einfach sich den zweiten teilen. Was ich mal gemacht habe, gerne, ist trotzdem nur einen Grip eingeteilen. Weil meistens laufen die Kicks nicht gut. Irgendeiner wird immer scheiße kicken. Und dieser Ersatzgrip ist dann dafür da, damit man sie alle mehr oder weniger in Range hat. So, an den DK, hier gibt es natürlich jetzt den Tipp, den Gorefiends Grasp auf sich selber nutzen. Man positioniert sich selber im Zentrum. Von oben gucken und dann benutzt man es auf sich. Jetzt muss die Erfahrenheit des DK so ein bisschen eine Rolle spielen, dass ihr ungefähr einschätzen könnt. Ich glaube, hier war es sogar richtig ass, wie wir es gegrippt haben, weil die Leute nicht in Range waren. So, hier seht ihr zum Beispiel diesen, oh, da ist noch ein Blick. Und jetzt gucke ich natürlich, der ist noch nicht in Range. Das reicht nicht aus. Also, wenn ich hier grippe, der wird nicht mitgegrippt werden, der wird nicht gegrippt werden. Und dann guckt man einfach, dass man sagt, okay, scheiß auf die beiden. Ich wähle einen Kreis und werde mich in die Mitte davon stellen, dass ich wenigstens die habe. Ist da halt schief gelaufen. Den habe ich dann noch gegrippt. Zack, ich grippe sie. Der dann bleibt übrig. Ist fine. Meistens geht es aber wirklich mit der Einteilung. Gut, in dem Fall nicht. So, der Burning Colossus ist gestorben. Aber es kommen, meistens kommen hier nochmal die roten Kreise. Wichtig ist, ich hatte ja vorhin gesagt, die roten Kreise sind scheißegal, außer sie explodieren. Natürlich nicht im Raid explodieren, aber was viele Leute unterschätzen, wenn sie den roten Kreis haben, laufen sie hier raus und stecken dann diese Geister an. Das dürft ihr auch nicht machen. Mit den roten Kreisern auf gar keinen Fall in den Geistern explodieren. Die kriegen davon massiven Schaden. Das kriegen die Heiler nicht weggehalten. Müsst ihr aufpassen. So, ab jetzt, wer hier noch paddet, Strafe. Der Dark Colossus ist, bis da die Cage-Mechanik kommt, ist die Schlange tot. Das Einzige, was hier passiert, ist Ressourcen sparen, Mana sparen und Pruden. Ja, dass ihr wirklich auf dem Boss wieder so viel Damage möglich machen könnt. Hier hinten haben wir noch eine Screaming Soul. Die grippe ich einfach ran. Machen wir einfach Damage drauf. Kickt es nebenbei, aber macht da kein Damage drauf. Das Ding ist so egal. Nur zwischendurch und dropen, ansonsten voll auf den Boss konzentrieren. Wir haben wieder Geistern hier oben und was wir hier haben, ist ein Blazing. Dieses Blazing wird auch nochmal gefährdet. Es ist, also ich brauche gar kein Deftze, die ich hier ziehen. Es ist nur wichtig, dass ihr die Geister da oben nicht schneidet. Zack, zack, wunderbar. Keiner schneidet die Geister da oben. Perfekt. Dann kommt noch ein Frontel. Normalerweise nimmt den der andere Tank, aber an der Stelle, weil die Car bastelt ist, habe ich einfach den Frontel schon hier genommen, damit dann, ne, doch, ja genau. Damit das eigentlich eine 1 zu 2 Einteilung ist, statt eine 2 zu 1 Einteilung ist, müsst ihr nach Tanks entscheiden, was wichtig ist. So, hier gibt es noch einen kleinen Trick. Wir haben wieder dieselbe Situation wie vorhin. Wir haben wieder die Ausgangsposition mit den Cages, mit den Firestorms, mit den Blazings. Die Sache ist nur, dass die Geister jetzt entweder links oder rechts spawnen werden. Das sieht man schon vorher, wo die spawnen werden. Was ich also sage ist, hey, guck jetzt schon mal, wo rot und blau ist. Weil wenn ich jetzt gleich calle, blau ist safe und die Leute müssen erst gucken, wo ist blau und dann zu laufen, dauert es zu lange. Jetzt schon mal gucken, wo blau und rot ist. Dann wieder auf seine Sachen konzentrieren, auf meine Stimme konzentrieren. Und dann... Ihr müsst einfach nur dodgen, actually. Ich habe es nicht gecallt. Genau, viel zu spät eigentlich, ne. Aber ich habe es schon gesehen. Ihr seht das, äh, da. Ja, ja, jetzt seht ihr schon 3,5 Sekunden, bevor die Blaze-Mechanik kommt, wo die spawnen werden. Das heißt, wenn ihr euch alle nach da verzieht, dann könnt ihr überall stehen, wo ihr wollt. Da sind keine Geister in der Nähe. Aber ihr könnt auch Gigagamer sein. Ihr könnt auch, wenn ihr wollt, extra nach da laufen. Der Vorteil ist, dass ihr hier die Density, die Dichte von den Blazings ein bisschen entschärft. Da besteht aber das Risiko, dass euer Strahl in die Ads geht. Da müsst ihr halt ein bisschen mobiler sein, ne. Also Hunter, BM Hunter. Ihr seid super mobil. Wenn ihr wollt, bleibt er in ihrem Risikobereich stehen. Nicht zu viele, obviously. Und guckt, dass ihr dann eventuell den Leuten da nicht auf den Sack geht. Also verteilt euch einfach nur, ne. Und hier ist es wichtig, jetzt kommt wieder Blazes plus Einschläge. Das ist dieselbe Situation, die wir vorhin auch hatten. Erinnert ihr euch? Wo wir Kreise hatten plus Blazes, wie auch immer. Beim ersten Mal hatten wir alle DevCDs. Hier gar keine DevCDs ziehen. Die Leute sind eigentlich safe. Und die Leute können move'n, wie sie wollen, ohne Geister zu schneiden. Das ist der große Unterschied zwischen dem ersten Blazing-Set. Deswegen hier keine DevCDs ziehen. Denn wir brauchen die DevCDs, ganz, ganz wichtig, gleich. Es kommen nochmal die Ads. Nochmal wird kollapst. Nochmal wird drauf konzentriert. Cage-Mechanik kommt. Blaue Kreise auf Position X oder Blau. In 3, 2, 1. Blaue Kreise. Makro drücken. Wir holen sie raus. In 3, 2, 1. Rein da. Rausholen. Wunderbar. Tipi-topi. Und jetzt kommen nämlich der große Unterschied auch zu der Phase vorhin. Es kommen drei fette Bäume. Da oben spawnt ein Baum. Hinter mir spawnt ein Baum. Und links spawnt auch ein Baum. Da oben sieht man sie. Und da ist es halt noch gefährlicher und noch schlimmer, wenn man die Blazings in die drei Richtungen lenkt. Deswegen, wenn die Leute noch viel krasser in euch reinmoven. Und hier DevCDs zu 10 ist viel angenehmer. Ansonsten auch genau wie im Dings guckt, wie ihr das macht. In dem Fall ist God of the Games nicht ready. Wenn ihr einen heiler Paladin habt, dann kann er Blessing of Autumn dem Dekar geben. Also Segen des Herbstes oder wie auch immer. Dann ist es ready bis hier. Aber einfach nur Grippy Hands, also die Abo-Limp aufsparen. Und dann sollten die Ads auch gehen. Hier einfach nur Interrupten. Ja, das Interrupten, Interrupten. Ihr braucht die nicht mehr kicken, Nocken, einfach nur Interrupten. Und dann die Abo-Limp von einem Dekar. Ob es jetzt ein DD-Dekar ist oder ein Tank-Dekar, scheißegal. Die wird den Rest übernehmen. Aber wie ihr seht, in drei Sekunden ist God of the Games Grasp schon wieder ready. Was ich also mache, ist nehmt die, zack, grippt die nochmal rein, dass das schön nochmal im Cleave ist. Aber das ist die zweite Mechanik, wie man mit den Ads klarkommt. Ist wirklich nicht schwer. Es macht Spaß. Es ist eine lustige Klasse. Guckt einfach, redet miteinander. Es ist nicht in Stein gemeißelt, wie genau ihr das spielt. Ihr müsst einfach gucken, welche Kapazitäten, welche Nocks, welche Typhoons ihr habt. Und wie auch immer, welche Klasse was machen will. Es gibt so viele Klassen, die arbeiten können damit. Also macht einfach, was ihr möchtet. Ansonsten, das war's zu P2. Wir sind fast fertig. Das Einzige, was jetzt noch kommt, ist einmal ein letztes Blazing-Set mit noch Geistern da oben. Ja, da müsst ihr aufpassen. Sobald die durch sind, ist der Boss 35 Sekunden lang. Passiert gar nichts. Hier könnt ihr richtig Damage machen. Wir haben sogar richtig schlechte Damage. 48% ist richtig bad. Wir halten, weil wir halt kein Wandtuss genutzt haben. Wir haben vergessen, Wandtuss zu nutzen. Und deswegen ist das halt wirklich, wirklich schlecht. Normalerweise ist es dann ein bisschen besser dabei. Und das seht ihr auch hier oben. Also das war das Set 1. Dann nochmal die Ads fokussieren. Das ist das Set 2. Dann haben wir hier die Möglichkeiten, die Ads zu grippen. Das dritte Ad auf das zweite Ad zu grippen. Damit die Blazings nicht ein Risiko haben, da reinzugehen. Und vor allem, damit die zwei Mops ineinander liegen. Damit irgendwelche Heilungen funktionieren. Wichtiger Tipp noch, den ich geben kann, ist... Wo ist der gewesen? Sekunde, bitte. Genau, hier bei den Droiden. Wenn ihr einen Droiden im Raid habt, dann sollte er, immer wenn Geister spawnen, einfach sich selber MDW buffen. Dann sollte er die Geister in Range haben. Die kriegen auch MDW ab. Und heilen dann Amidrassil um 5% mehr. Das heißt, ihr dürft bis zu 5% Heilung slacken, die dadurch kompensiert werden. Ist leider die Aufgabe. Es spawnen, glaube ich, wie viele Wellen? 4 Wellen oder so an Geistern oder 5, also maximal 4, 5 GCDs, muss der Droide nutzen. Ich weiß nicht, ob es der Tank bei euch ist oder der Eiler oder wie auch immer. Katze, nutzt es einfach. Nicht vergessen, gut ist. Entschuldigung. Und das war es zu Phase 2. Und damit kommen wir zu Phase 3, was eigentlich fast dieselbe Länge nochmal in Anspruch genommen hätte. Aber Phase 3 ist so hart genervt worden, dass das, sobald ihr die Phase erreicht, wahrscheinlich der Boss sofort stirbt, wenn ihr diesen Guide gut zuguckt. Also hier nochmal Damage machen, verteilt stehen, nichts los, alles gut. Knock-up kommt und wir sind in Phase 3. Jetzt kommst du ein bisschen auf CD-Management an. Wir haben uns entschieden, dass wir einfach immer CDs auf Coole und ziehen. Die ziehen zum Pull. Alle CDs, 2 Minuten CDs. Dann direkt in der Intermission. Wenn das Schild kommt, ziehen wir auch nochmal CDs. Dann bei 4 Minuten, 4 Minuten 15 nochmal alle CDs. Das ist dann wahrscheinlich auf die Ads. Wann ist 4 Minuten Sekunde? Das wir mal ganz kurz gucken, wann genau das ist. Ja, hier, wenn der Boss wieder runterkommt. 4 Minuten 16, da ist der Boss. Jetzt nochmal CDs ziehen. Ja, das ist der Zeitpunkt nochmal schön 2 Minuten CDs zu ziehen. Und dann, sobald der Boss in P3 landet, ganz frisch, zack, haben wir bei 6 Minuten 15, 6 Minuten 20. Blattlast an der Stelle mit nochmal 2 Minuten CDs und der Lagi-Bi. Das sind die Tibings, damit ihr wisst, wie wir das genutzt haben. So, jetzt gehen wir auf Rate Plan Nummer. Das ist super easy. Wie gesagt, nur 7 Blätter. Davon erreicht ihr wahrscheinlich nicht mehr das 7. Blatt. Super easy eingeteilt. Wichtig ist, dass die Leute begreifen, wo sie stehen. Dass die Leute einteilt für diese Seeds unten. Und ansonsten einfach zuhören, was wir machen. Also, Bloodlast Damage. Macht Damage, macht Damage. Es kommen diese Kugeln. Nimmt die auf. Ich als Tankend auch eine. Das ist scheißegal. Die Einstellung kommt gleich. Und ansonsten ist es immer wieder dasselbe. Es kommt immer wieder Einschlag, Einschlag, into Blazing, into Einschlag, into Firestorm, into Einschlag, into Blazing, into Ablegen. Das ist die Kurzform davon und das zeigen wir das Ganze einfach mal. Die einzige Sache ist, was ihr beachten solltet, ist dieses Firestorm. Ja, alles andere ist maschinell in eurem Auge mehr oder weniger. Intuitiv. Frontal Dodgen braucht man nicht kommen. Jeder WoW-Spieler weiß, wie man einen fucking Frontal Dodgen. Keiner muss wissen, dass man Einschlägen auf dem Boden dodgen muss. Die einzigen zwei Sachen, die wichtig sind, ist, und da habt ihr es genau perfekt gesehen, wie spielt man das Blazing? Ich habe sogar zu viel gemoved. Hier gibt es einen Trick. Also, Blazings kommt, bleibt stehen. Mikro-Movement ist das Geheimnis. Nicht zu viel Moven. Da. Ich kriege ein Blazing, lege das Ding ab, boop, sidesteppe, boop, geh wieder rein. Und bei dem Sidesteppen ist es wichtig, ihr braucht gar nicht viel sidesteppen. Ein Millimeter reicht. Passt auf, ich zeige euch gleich meinen Trick. So. Dieser, dieser Strahl hier, dieser Strahl darf, und jetzt passt genau, hört genau zu, der darf sogar hier sein. Das ist, so verzeihlich ist das. Das Einzige, was nicht passieren darf, ist, dass die linke Kante davon die Mitte überschreitet. Die Hitbox überschreitet, dann seid ihr drin. Aber ihr dürft legit hier bleiben. Das meine ich mit Mikro-Movement. Ich traue mich immer noch nicht. Also es ist zwar wahr, aber ich mache es trotzdem noch. Aber wenn ihr Gamer seid, macht das. Ihr legt das Ding hier ab, movt einen Millimeter, movt wieder zurück. Das geht. Umso weniger ihr movt, umso besser macht es für alle anderen, die dann nicht nochmal neu korrigieren müssen auf jeden Fall. Zack. Einsammeln. Einschnecke nochmal dodgen. Wunderbar, wunderklärchen. So, hier ist die Sache, es sind ja Leute eingeteilt für P3, die diese guten Seeds aufnehmen. Das ist jetzt meine Position als Tank. Und dann habt ihr drei DPS. Wir haben auch sogar einen Highlight eingeteilt, glaube ich. Hier ist es egal. Wichtig ist, dass diese Leute, wenn da ein Firestorm draufkommt, Ersatz haben. Das heißt, was wir hier noch haben, sind so ein oder zwei Spieler, die trotz dessen, dass sie nicht eingeteilt sind, hier hinten mitschillen. Damit genau hier in dem Moment, wo das hier passiert, ja. Da ist jetzt unser Hunter. Und der kriegt jetzt einen Firestorm. Da, Firestorm. Er lässt das Ding fallen und stelle dir vor, in dem Moment wäre ein Einschlag gekommen, wo er das Ding fallen lässt, damit er mal rausruft. Aber genau dafür haben wir unseren Highlight. Wo kommt der denn höher? Da ist er übrigens. Da ist er. Er legt das Ding ab, er läuft rein, hat er sich gesnackt. In dem Fall war nichts Schlimmes, weil kein Einschlag gekommen ist, zum Glück. Aber dafür haben wir den da. Jetzt habt ihr das Ding wieder abgegeben. Jalla. Stellt euch einfach einen ab. Ein Highlight oder so, ist scheißegal. So, dann sammelt ihr euch. Jetzt kommt das große Geheimnis. Ihr sammelt euch. Ihr nutzt zwei Seeds. Zwei Stück einfach ineinander. Oder so. Ja, am besten ineinander, weil die Dinger werden groß und werden rot. Und am besten legt ihr die ineinander ab. Damit habt ihr schon eine Seed oder zwei Seeds weniger im Raid, die ihr juggeln müsst. Es spawnt trotzdem nur eine Corrupted Seed, weil die Corrupted Seed ist geänkert auf die Apo-Casts und nicht auf die benutzten Good Seeds. Also es kommt, über die reden wir dann gleich. Was jetzt das wichtigste, der wichtigste Tipp im P3 ist. Ihr kommt hier zusammen, nehmt diesen Buff und wenn ihr den Buff habt, könnt ihr sofort raus. Ihr müsst nicht da stehen bleiben, bis der Knockpunkt anfängt. Nehmt den Buff einmal kurz auf und verpisst euch sofort wieder. So, zack. Jetzt könnt ihr schon mal raus. Ihr braucht da nicht richtig stehen bleiben. Ihr könnt einfach weg. Die Leute laufen schon. Knockback kommt. Und jetzt ist der wichtigste Tipp. Egal, was ihr für einen Job habt, bleibt kurz da. Zwei Einschläge lang in Heal-Range bleiben, damit nur ein Heiler mehr den ganzen Raid toppen kann. So, ihr bleibt alle in Heal-Range. Auch die Leute mit Bad Seeds, die guten Seeds, alle bleiben da. Einschlag Nummer 1. Und Einschlag Nummer 2. Und dann könnt ihr euch verteilen. Guck mal, der Raid tickt einfach noch mit dem D-Buff von dem Apo. Und wenn ihr jetzt schon euch nach Uganda verpisst, dann haben die Leute euch nicht in Rage. Und da kommt der zweite Einschlag. Und mit dem zweiten Einschlag droppt der D-Buff. Und dann habt ihr alle zweite. Dann könnt ihr verteilen. Verteilt euch danach. Das ist der größte Tipp, den ich euch geben kann. Bleibt in der Nähe, bis zwei Einschläge da sind. Easy peasy. Und dann verteilt ihr euch. Dann kommt die erste Seed. So, und da gehen wir mal ganz kurz darauf ein, wie das bei dem Seed hier funktioniert. Okay, das können wir erstmal hier wegmachen. Maschallah. Das können wir rausschneiden. Wahrscheinlich nicht, aber. Die Sache ist, es kommt halt hier, sobald die Apo. Hier sehen wir zum Beispiel, right? Wir haben die vier guten Seeds. Hier an der Stelle haben wir dann die Tank Seed, die ich halt in dem Fall hatte. Und eine DPS Seed. Einfach die beiden Jungs haben wir dann eingeteilt. Die das dann einsammeln. Dann wird durchgehooft auf die andere Seite. Und dann kommt direkt auch hier unten schon eine Corrupted Seed. Eine korrumpierte Samen, wie auch immer. Und das nimmt einfach der andere Tank auf, der ganz am Anfang den Boss hatte. Also der Tank, der halt die gute Seed hatte, spottet in dem Fall ab. Die Tanks werden immer nur zu jeder Apo wechseln. Das ist zwar ein bisschen viel Damage, aber es reicht vollkommen. Und die anderen können auch einfach zu jeder Apo einmal wechseln. Das ist überhaupt kein Thema. Tank nimmt auf. Easy peasy. Sie stellt sich einfach neben mich, gut ist, alles froh, alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und das passiert auch hier. Die Cote ist, sie kommt. Zack, da ist er. Das ist mein Partner. Dann kommt Firestorm. Wieder Mikro-Movements mit den Strahlen. Nicht zu viel. Er macht es auch. Zack, zack, aufgesammelt. Wunderbar. Nochmal Einschläge. Nochmal Blazings. Und also Achtung. Nach den CDs, nach dem, wie die Synergien laufen, ist dieses zweite Blazing-Set in das zweite Mal, kurz vor der zweiten Apo, aus irgendeinem Grund das gefährlichste. Ich würde euch hier empfehlen, Dev-CDs zu ziehen. Obwohl das eigentlich ein super angenehmer Blazing ist. Zieht einfach hier Dev-CDs zu diesem Blazing. Dieses Blazing-Set. Einfach Dev-CDs ziehen. Die Heiler werden es euch danken, weil die CDs werden dann wieder ready. Wir sind ungefähr so 1,40 in der Phase oder 1,30 in der Phase. Und dann werden die CDs wieder ready. Ja, da einfach Dev-CDs ziehen. Hier findet übrigens der Drop statt. Ja, ich bin der aktive Tank. Und ich könnte jetzt schon swappen, weil es ist nur der Moor, der diesen Feuerschaden macht, der DC zum Explodieren bringt. Die können dann schon swappen, dann braucht das nicht so knapp machen wie bei mir. Da hat mein Coating wirklich sehr spät gedroppt. Da hat dieser Einschlag. Er kann jetzt schon droppen eigentlich beim Laufen. Ich laufe, ich laufe, ich laufe. Zack, muss noch wieder zurücklaufen. Schneller rein. Und jetzt kommt das Movement. Einfach runterziehen, 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 runterziehen. Weg von dem Boss. Wichtig ist wieder, was wir vorhin gesagt haben, bleibt in der Nähe. Der ganze Raid tickt noch mit dem Dot. Erster Einschlag. Jetzt kommt der zweite. Da ist der zweite. Jetzt könnt ihr euch wieder weg. Weil dann in dem Moment ist auch der Dot weg. Und der Boss ist dann ungefähr nur noch schon bei 15%. Wahrscheinlich bei euch niedriger, weil ihr halt mit Phantom spielen werdet hier. Und ansonsten dasselbe Prinzip. Firestorm kommt, Mikro-Movements. Und ab jetzt ist einfach nur noch den Boss töten. Es kann nichts mehr passieren. Das Einzige, was man beachten muss, dass die Tanks hier nicht sterben, weil diese Maws selber machen einen guten Hit. Und ihr seht auch schon, man tickt extrem hoch mit dem Seed auf den Kopf. Ich habe jetzt schon 20 Stacks, 21 Stacks. Und meine HP geht schon gut in den Keller. Also Tanks, unterschätzt bitte nicht diesen Fight. Hier haben wir zwei Leute verloren. Wir sammeln uns dann letztes Mal nochmal hier. Das ist die Stelle, die ich meinte. Jetzt den Boss wirklich weit runterziehen, weil diese Fläche wird groß. Und man unterschätzt, wie groß diese Fläche da hinten geht. Deswegen ziehe ich runter. Erster Einschlag. Dann warten wir noch. Und zweiter Einschlag kommt jetzt. Jetzt könnt ihr euch verteilen. Ich drehe den Boss erst danach um. Weil wenn ich während der Einschläge den Boss jetzt umdrehe und der mit seinen fetten Flügeln wie so ein Flugzeug über den Einschlägen sitzt. Ja, ich ziehe noch ein bisschen. Das war der zweite Einschlag. Jetzt gibt es nichts mehr. Jetzt laufe ich durch den Boss durchdrehen um. Alle anderen brauchen in der Zeit nicht auf diese Einschläge achten. Und dann ist der Boss bei zweit. Hier ist der Boss tot. Ja, das war's. Dann habt ihr Führer. Viel Erfolg auf jeden Fall. Geht's jetzt an allejenigen, die es eh haben. Geht's jetzt an die Leute, die das Mount bekommen. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich hoffe, ihr habt damit deutlich mehr Erfolg bei Führer. CE.